Oh, hier ist irgendwas Verstecktes. Oh, wie hübsch! Oh mein Gott, hier kann man Dart spielen. Ist ja hübsch. Dart-Platte habe ich schon gesehen in dem Game. Ja, aber in der Dart-Platte, wo da ganze Raider dranhängen? Ich glaube nicht. Du kannst hier auf den Booty schießen. Kopf, Kopf, Booty. Das ist dir aus. Okay, it's a ride. Was? Pistolen! Fried! Oh! Okay, ich fall runter. Ich warte hier unten auf euch. Ja, ich hole dich ab. Oh, okay. Kommst du rum? Ja. Ich kann hier mir nur das ganze Geld einsammeln. 43.000 habe ich schon. Nice. Komme. Wee! Oh, Tim ist gestorben. Machst du das eben? Ich mach das eben. Kannst du im Tod auch Bloodwing losschicken? Nee. Nein. Wäre es ganz zu einfach. Das stimmt. Aber Rakes sind nervig, ne? Mhm. Okay. Träumchen. So, wo müssen wir lang? Wir fahren hinterher. Süden. Relativ weit im Süden. Hey. Und jetzt ihr. Kannst gerne weitermachen, Tim. Oh, schaut mal da hinten! Arena! Leute, wir haben die Arena überfahren, ne? Habt ihr gesehen? Ja guck mal, ein riesen Schild ist da, so richtig hübsch, das glitzert. Komm mal mit. Komm mal mit. Guck mal hier. Es glitzert doch gar nix. Guck mal hier. Es glitzert sowas von. Da ist sogar eine Lichterkette dran. Hallo? Wo ist da ein Schild? Riesengroß. Arena. Arena. Es glitzert. Arena. Mit Lichterkettchen. Guck mal. Wiku, 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 wiku. Wenn das nicht hübsch ist. Das ist doch wunderhübsch. Guckt euch das nochmal an. Schau mal, wie hübsch. Ah, Lichterketten. Mal reingucken. Oh yeah. Okay, lasst uns gefährlich sein. Lass uns. Bitte? Mit Heizkorb. Wo denn? Oh. Blau. Echt? Wann hast du denn was komplett rotes an? Ach, das ist wieder PvP. Du siehst irgendwie anders aus. Wir sehen jetzt alle so aus. Guck mal. Tatsächlich? Welche Farbe habe ich? Blau? Ja. Aber wir müssen gegeneinander kämpfen. Was ist das mit? Oh je. Komm, wir machen das einmal. Einmal hier drauf. Die gesunde Portion. Friendly Fire. Ja. Scheiße, really? Zwei Teams. Zwei Teams kann man machen. Oh. Na dann. Alle? Moment. Ich weiß ja nicht. PvP war noch nie mein Ding. Hallo? Hallo? Schießen wir schon ab? Aber man kann... Okay. Jeder einzelne Team wollt ihr zu zweit machen? Okay. Alle einzeln. Alle einzeln? Okay. Alle einzeln? Oh, ich bin so schlecht im PvP. Was geht schon los? Nice. Ich habe irgendwas gehört. Ich muss halt in den Nahkampf. Bis dahin habe ich zwei Milliarden Kugeln im Kopf. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Aber warum sind wir bei null Punkten hier? Echt? Aber ich habe gerade auch eingemurkst. Ja, aber du bist auch bei null Punkten, oder? Echt? Ich habe voll Angst. Ich bin kein guter... Ah! 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 Scheiße! Oh, ich bin fast tot. Hallo? Wo bist du? Da! Oh nein! Hey, wieso war ich auf einmal weg? Wir sind tot, Pipp. Wir sind tot. Wir sind tot. Ich habe gesiegt. Achso. Oh, jetzt war ich auch schon wieder weg. Achso. 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 Der letzte überlebt. Das ist ja witzig. Okay, das ist witzig. Ah, jetzt verstehe ich das. Kann nix machen. Boah. Ich muss mit meiner Shotgun an die Nähe an euch nahe ankommen. Nee. Ja, klar. Hä? Du hast da einen Action-Skill gemacht, oder? Ja, aber ich habe mich auch wieder enddings. Sie war einfach nur hinter dir. Geht's noch weiter? Achso, ja. Nee, nee. Man kann hier nur zugucken. Oh, hä? Ja, komm du her. Aber kann man von hier oben auch mithelfen? Hey! Held auf! Wo ist er denn? Wir schießen da, wo Tim ist. Mach null schauen. Aha! Feige! Dass du nur mit deinem Vogel kämpfst. Wo bist du denn? Ha! Ich bin gerade gewonnen. Tja. Nee, geht noch nicht. Einer fehlt noch. Nee. Ich bin gerade gesiegt. Ah! Okay. Oh, ich höre es halt die ganze Zeit. Alter! Wenn du einmal dran kommst. Äh. Gut. Das Problem ist, ich habe nicht nur jede zweite ohne meinen Action-Skill. Weil der so langsam auflädt. Ich weiß halt nicht, wo ihr seid. Nuch Marco lebt? Ja. Ah. Mein Skill ist vorbei. Sehe dich. Ah, jetzt hast du mich auch gesehen, oder? Na, da bist du. Ah, da bist du. Fräs mal in den Inventarschan, du Kleiner! Ha! Wiii! Zwei Schüsse und dann nachladen, das ist mir von mir nicht gut. Nee. Das stimmt, ey. Oh je. Ich höre es halt, aber ich sehe es nicht. Also, wir gehen automatisch. Nein, du kannst doch nicht, wenn ich wanken! Hm. Oh! Alter! Ich bin fast tot. Ich bin fast tot, das ist krank. Immerhin habe ich noch Schild. Aber keinerlei Regeneration. Oh! Nein, 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 nein! Schild, 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 schild! Ich habe nichts mehr. Oh ja, so ein Heal wäre ganz nice. Ah! Ich habe dich nicht gesehen. Ich dachte, du kommst von links. Ja, von der anderen Seite. Ach so. So, letzter Runde. Bin ich schon tot? Nee, es ging einfach nur nochmal los. Ach so. Ich habe Angst. Ich habe so Angst. Oh! Ich habe so richtig Angst. Ich muss nachladen. Alter, man sieht sich. Auf Wiedersehen. Ach ja. Schade. Oh! Scheiße. Aber du bist auch gestorben, kann das sein? Und dann kommt Marco. Ja, ich war hinter der Vipke her. Sie ist halt in deine Richtung geflogen. Aber komischerweise... Oh, 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 oh. Ah, da bist du. Oh mein Gott, ich bin richtig low, ne? Ah, da bist du. Oh! Ah, ja. Ich glaube, das wird deine Runde. So lange wegrennen, bis du wieder deinen Action Skill hast. Aber das ist auch mal cool, um neue Waffen zu testen. Ah, okay. Ja. Ah, ich finde sie jetzt nicht richtig. Ja. Aber warum mache ich dir nur Schaden? Oh! Weil wir... Bis wie viele Punkte muss man? Also, bis sie mit drei Punkten hat, oder wie? Aber ich mache dir gerade Null Schaden, ne? Ne, doch nicht. Oh, jetzt habe ich extra nicht angegriffen. Ne, ich habe gar nicht jetzt angegriffen, weil... Hä, das würde ich denn jetzt... Bitte? Das ist einfach nebisch. Nein, ich mache dir Null Schaden. Die ganze Zeit Null. Null, 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 null. Ja, ja. Weil jetzt, da wir tot sind. Wir sind hier... Guck mal, wir sind hier bei dem Travel-Ding. Wir sind alle tot. Ach so. Und jetzt kommen wir wieder rein. Oh, und jetzt habe ich dich extra nicht angegriffen, weil ich dachte, wir sind noch im Todes-Ding. Wie komplett. Ich glaube, mit drei Malen, damit ist das Ding vorbei, anscheinend. Ah, okay. Der Raketenwerfer war nett, also ich stand irgendwo und habe plötzlich nicht tot. Der ist wirklich komplett overpowered. Ich muss nur in die Richtung schießen. Ja, krass. Ja. Ja, nice. War doch mal hübsch jetzt. Aber ich finde auch die Fäuste ein bisschen overpowered, wenn ich dich nicht töte, bevor du bei mir bist. Weil ich habe mit den Fäusten auch die Fähigkeit, kann ich hochleveln, dass ich an die Gegner ran springe. Oh. Das heißt, ich muss nicht mehr in der Nähe sein und dann schlage ich einen und wird dann zum den Gegnern teleportiert. Hm. Aber ey, das war close. 2-3-2. Tim sieht nicht gut aus für dich, aber... Ja, mit dem Vogel, der ganz viele kleine Gegner töten kann. Ja, ja, das stimmt. Ich denke mal, wenn wir im großen Raum gewesen wären, hätten wir gegen dich total verloren, weil da kann der Vogel halt ordentlich fliegen. Ja. Ah, da... Da krieg ich ja mein Sniper gescheit vor hinten. Ist einfach dieses 1 gegen 1. Wenn ihr hinter meinen Turm rennt, macht ihr auch nichts mehr, aber wenn ihr da vorsteht, seid ihr einfach tot gewesen jedes Mal. Ja, das stimmt. Dann habe ich 100 Sekunden Cooldown. Hm. Ah, witzig. Ääääää. Wir müssen immer noch nach Süden. Nach Südosten. Unten rechts. Danke, danke. Hättest du unten rechts nicht gesagt, hätte ich nicht gemüsstwohin. Ich weiß. Dankeschön. Ein bisle Queschle, können wir noch? Mh. Ein bisle Queschle? Hm. Wischle Queschle? Das sind Vögel. Wollt sich einkaufen... kochen... Wiiiiiiiii... Boah, fünf Fracks in unter zehn Sekunden. Hast du's geschafft? Ja, anscheinend. Krank. Hier gibt es Monizlo. Ähm, Schuss. Sicher? Guck mal, hier glitzert das überall. Ja, aber das ist Kacke. Das sind Kackefliegen. Das ist was anderes, Marco. Das ist da nicht schön. Sorry, aber da differenziere ich tatsächlich. So, jetzt gehe ich ja weiter. Herbert ist selbst wenn ich das nicht komme, ist ich weiter runter. Weiter runter? Du musst in jedem... musst du fünf Dinger verteilen. Fünf Punkte verteilen. Wie? Dann geht das nix so. Wie? Ich muss in jedem... Also wenn du in einem Baum 15 verteilt hast, dann kannst du auf jeden Fall den sechzehnten Punkt unten bei dem letzten machen. Ja. Ja, gut, aber ich komme jetzt nicht ganz weit da runter. Also ich habe jetzt so eins... eins... fünf... sechs... sieben... acht habe ich schon verteilt in den Rabenbaum. Im Bloodwingbaum. Im Bloodwingbaum. Hast du was alles so quer... querbeet gemacht? Ja, ich habe zwei... ich habe einmal die Sniper... Sniperstärke und einmal... Ja, ich habe halt... ich habe nur fürs Team gespielt. Ich habe komplett auf meine Waffe verzichtet. Alles für euch. Ähm... Das ist cute. So bin ich. So, wo lang? Ich habe natürlich auch alles fürs Team gemacht. Mhm. So viel wie... ihn. Was ist mit dem Auto los? Aber es ist ja auch fürs Team, wenn die ja... wenn die ja weniger sterben, weil die die Gegner tot sind. Das ist richtig. Ah, ja. Die Logik. Was ist bei eurem Auto los? Ich bummelt so richtig. Ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Richtig komisch aus. Oh, er brennt. Ihr solltet... Wir sind kaputt. Aber nicht ganz warm. Den Typen muss ich gerade auf die Presse geben, warum? Ich helfe euch. Programm hat es geschafft. Programm. Programm. Ah, ein Symbol. Oh, da hängt einer, ne? Habt ihr das gesehen? Das ist so ein hängender Dude. aber noch muss ich mich bedeckt halten denn finde ich falsch ist ja Vadås Rei. aaaaaaaa géhm, schön. ngj. De 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 ddy de 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 de. uirede de 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 Die De. D. D. Sehr schöne Musik, ey. Dramatisch. Hier kommt man in den Mordoran Catch a riot Okay Catch a riot Catch a riot Catch a riot Hey, warte, wo ist meine Waffe? Ach du Scheiße Hä? Ah, ist der Waffe nicht viel Waffe? Ist der Waffe nicht viel Waffe? Ist der Waffe nicht viel Waffe? Oh, Tatsache, wir haben den vierten Waffen zu Ja, schon sehr lange, seit äh New Heaven Nein, ich nicht Sehr lange, ne halbe Stunde Ja, seit New Heaven Oh, ich Ja, da ist so'n Sniper, also ne so'n Gatling-Zahn Der ist geschützt, ja Ne, keine Zeit, dass man den ersten, weil der jetzt einen 20 hat Weil, ne, den hatte ich schon davor Ich glaub, den kriegt man das da rein, ne? Ja Ja, schön Ich kill den jetzt von hinten Den Sniper, wo ist der? Der ist weg Ne, ist er nicht Oha, der Sniper Das Geschütz ist down Dann ist er weg Weil ich dann noch diesen Laser-Strahl Ne, der lebt noch! Der lebt noch! Ahhhh Wir haben immer noch hinten Gegner Weiß nicht, warum ist er so weit vor? Der ist glücklich Ja, ich wollte nur das Laser-Dingsbums hier murksen Ja, aber Ja, natürlich ist da hinten weiter noch einer noch Ja Ich wollte ihn vor euch ausschalten, ja, das war sehr lieb gedacht Was? Äh, Tim stirbt Äh, Tim stirbt? Nein, nein Rätze dich Alles gut Okay Aber wir sind doch mal krass Oh, hier ist ein Rucksack Oh, das war Quest-Teil Ist hier noch was? Noch jemand? Hier Uh, da ist noch ein Badass-Räuber Mach den Kein Leben mehr Ist tot Was? Okay, was sollen wir jetzt hier tun? Den Weg freiräumen Da oben scheint eine Art Verkaufi zu sein, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt Springen Das ist auch ein großer Info-Knopf Uah Tork Vereinsgutes Schadenspotenzial Hohle Feuerrasse Hohle Stoffeninfunk Eine erzeugliche Waffe Hm Money, Money, Money Ups Oh, pass mal auf die grünen Schilde, die man hier findet, sind fast so gut wie die, die wir jetzt gerade noch tragen Ich habe eine Waffenkiste mit zwei weißen Waffen gefunden Oh, ist hier ein Gegner? Ja, einer Ja, einer Hier sind Waffen für professionelle Söldner Kaufen Sie hier Waffen Sind wir professionelle Söldner, frage ich mich Ja, ne? Ich finde man Söldner Ich habe die ganze Zeit aber Munitionsregeneration, das muss einer von euch sein Ich? Die ganze Zeit schon Ja, aber den Tower weiß ich, aber so auch? Ja Ah, okay Über alles Über meine Klassenmod, über meinen Tower und über meinen Nachschubabwurf vom Tower Hm Also ich mache alles für euch Alles? Ist vielleicht ein bisschen viel aktuell Ja, okay, dann frage ich mal nicht nach einer Rückenmassage Das ist was anderes, das ist mein rechter Tree, der gibt euch Gesundheit Der gibt euch Rückenmassagen Geil! Hm, das heißt Oh fuck Vielleicht steht da auch Unfallstation Unfallstation Unsoforthilfe Ah Oh, klasse Jäger Bloodwing Schaden 32 14 Luft, aber das darf ich nicht Eine Klassenmod für den Soldaten Plus 20% Team-Erfahrung Oh Aber sonst gar nichts Ne, sonst gar nichts Schau mal auf der linken Seite Ein lilaner, ne? Für den Soldaten 31 Team-Shift Ja, das ist die rechte Seite, da habe ich gar nichts Okay Das wäre ziemlicher Quatsch Dann besser die Munition und 20% Team zusätzlich Erfahrung Die linke Seite meinst du im Shop Ja, links Im Shop meine ich Taktiker-Class-Mod Macht plus 2 Verteidigung Unfallstation Schnellaufladung 20% ist schon echt viel, ne? Ich kauf das mal Okay Ich find diese Granate geil Explosive Regen Granaten scheinen 50 Ausrüsten um Regengranate zu werfen Fliegen automatisch in die Luft Und zählen auf darunter befindliche Zähle Mach das mal grad so Kriegen wir Erfahrung Wenn ihr Munitionsprobleme habt, dann sagt Bescheid Hm, okay Weil dann wetzel ich wieder Okay Wenn du die Kammer findest, kannst du sie reißen Okay Okay Es gibt auf jeden Fall mehr legendäre Waffen in den anderen Teilen Also goldene Waffen Weitaus mehr Wir haben aber am Ende sehr viel DLC-Kram gespielt, ne? Das kann auch daran liegen Da muss ich dich enttäuschen, DLCs haben wir nie gekauft Ey, wir haben sehr viele DLCs Wir haben sehr viel Bosse gefarmt Ey, wie ist das sagt mal niemand, dass das Ding explodiert, wenn man auf den Bauch schießt? Welches Ding? Da war ein Pass Du meinst diese Gasflasche, die rote? Ja Ja, weiß ich nicht, warum das jemand sagt Hör zu! Ich sag gar nichts, bis du diese ganzen Mistfächer los bist! Was ist das? Oh, da ist der crazy Earl Hm Ich bin bereit Ich meine, jetzt wollen wir noch gelisten, das Quest Ja Probieren wir aus Ja, die sind fies Huch Schade Ich dachte, ich probier auch mal Nahkampf Ich hab's gehört Wer schlägt denn hier noch? Ja, ich hab halt Fähigkeiten tatsächlich Ähm, dass ich halt, wenn ich Nahkampf mache, mach ich extra Schaden und Säureangriff Und da würd ich das mal ausprobieren Weil ohne Witz, Sirene ist auch ein Nahkämpfer Ich denk mir, was zur Hölle? Why? Ja, so sagen, also mein Tree ist Nahkämpfer-Skills Ja, deine Skills, deinem Ult ist ja auch Nahkampf Ja, tatsächlich Und so eine eigene Sirene bleiben durch die Spiele, oder? Weiß ich noch nicht, keine Ahnung Eigentlich ja, außer es gibt noch extra Charaktere Ich mag extra Charaktere immer super gerne, weißt du? Hm Du hast die Clap Trap oder so Es ist halt einfach geil Ach, das zieht sich durch, die Charaktere? Nee, es werden immer unterschiedliche Also in den Hauptspielen gibt es immer eine Sirene? Es gibt auf jeden Fall immer ähnliche Charaktere Hm Ja, aber immer Sirene stimmt leider nicht Ich hab mich gern, gern, gern Wir haben ja Pre-Secret jetzt keine Ja, ja Ach du Scheiße Die ähm Ich heile? Fässer waren ein bisschen fies Äh, ich kann irgendwie nicht heilen Ah Tim, 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 ich hab dich Ob gerade wiedergelebt wird Ah Dann hast du gerade voll auf mich geschossen, Tim Ja Okay, aber dann frage ich nicht dich, ob du Munitionsprobleme hast Haben wir hinten jetzt eingesammelt? Die Waffenkiste? Nein, haben wir nicht Ähm, doch, ich glaub schon, oder? Nein, haben wir nicht Was? Man muss rüberspringen Ich hab nie Miete zu instruieren, alles klar Boah, richtig dramatisches Lied 222 Sniper 293 Waffenschaden Wie viel Fallrate? Äh, 0,5 Das Ding verkauft nicht Die fangst schon an zu ballern? Hab's eingesammelt Verkauft nix dran an dem, was ich grad jetzt hab Das ist ja lustig Hier wurden Wadid von den Skreks getötet Ja, die Kämpfen gegeneinander Ich komme Passt schon, okay Der ist gerade vor meinen Augen verbrannt Und schrie, wie am Spieß Warum? Ähm, ich hab ein cooles Schild Äh, mit Säure Nova Wenn's aufgebraucht wird Das könnte was für Marco sein Als Nachkampf Oh ja, stimmt Oh ja So oft wie dein Schild bricht Kannst du dann... Das war schon impliziert Das musst du nicht aussprechen Ne, das war, weil du im Nahkampf bist Aber stell dir mal vor, ne Du kriegst richtig auf die Fresse Du fallst dein Schild Und pinkelst die Gegner an Säurechan Verstehst du? Das wär schon lustig Ich hab dir das nicht vorgestellt, aber... Achso, ich schon Sorry Ich dachte, ich sag dir das nochmal Aha Nur falls du dir das nicht vorgestellt hast Marco Ja, das ist Säureschan Ja, ist halt Säureschan Harn Ja, ist halt die einzige Säure, die mir eingefallen ist Der Körper aus der Magensäure abzallern kann Aha Ja, wegen Säureschan Wir haben doch nur Magensäure und Harnsäure Oder gibt's noch ne Säure, die wir haben Ist gar nicht, glaub nicht Boah Also, manche möchten auch ohne Säure ganz ätzend sein Ah Ja Erläuter mal wen du meinst Wer ist ätzend? Tim? Hä? Ohne Säure? Sag mal Sag mal, sag mal Sag mal Wen hast du gemeint? Sag mal Wen hast du gemeint? Hattest du ein Eine Person im Blick? Also aktuell ist es auf jeden Fall ziemlich ätzend Nur dein Schild ist ätzend Nur dein Schild Erzähl ich nicht Ah, okay Du meintest wahrscheinlich die Psychos Ach, ich bin die brennende Person, kann das sein? Ja Ja Ah Du hast also Phönixflügel bei euch Wirklich? Bin ich hübsch? Ja Ah Ja, Phönix ist mein Skill, tatsächlich So heißt der Wenn ich aus dem Facebook gehe oder wenn ich reingehe? Jetzt gerade, bist du im Brennen Du hast Phönixflügel Echt? Ja Ja, mal cool Ups Jetzt brennst du immer noch, aber Ohne Flügel? Ja Danke fürs Wiederbeleben Mhm Dankeschön Es gibt jedes Mal hundert Erfahrungen Was denn? Wiederbelebend Ja, gibt viel Wir haben genug getötet Ach, hier sind wieder Sniper-Rifles im Angebot Hier im Angebot Ist hier was zum Verkaufen? Nämlich eine mit zum Verkaufen Achso Ne, verkauft es sowieso eh auch nur also Oh, hier ist ein geheimer Weg nach oben Ich geh mal gucken Dünere geheimen Wege Ist nix Ja, es gibt hier im Valerianz Immerhin gibt's da mal Kekse am Ende Es gibt wirklich Also, in den anderen Teilen gibt's viele geheime Wege und da ist immer eine Waffenkiste drin gewesen Die Konzepte gab es 2006 alle gar nicht Ich glaub schon Hat man einfach nur geklickt und geschossen Ne Mach das nicht kaputt Oh, warte, da war glaub ich ein Skeggy Ahn, ne Da gab es keine Konzepte für Belohnungen Oh, what? Warum seid ihr alle so lau? Weil hier nen Fass war Zum Glück bin ich nicht vorgelaufen Uhuhuhu Machst du ja weh Ja Uhuhuhu Hier ist nichts, ne? Wenn ich nie vorlaufe, lauf ich mal vor Oh, den krieg ich aber Den krieg ich aber Den krieg ich Den krieg ich Er kriegt Respekt Schellen Oh Krieg ich nicht, krieg ich nicht Er hat nen Auto geschossen Keine Ahnung, wer da hochgeschossen hat Aber deswegen hab ich hier in D Jetzt nicht gekriegt Aber wie kamst du da hin? Ja, da wo ihr gerade wart Einfach links lang Ja, da kommen wir nicht mehr hoch Ohhhh Ich weiß überhaupt nicht, wie man da hinkommen soll Da wo ihr gerade standet Da Ihr habt oben noch nicht alles angeguckt Ja Hi Hi Weiß nicht, wo Da Wer hat denn hochgeschossen, ihr Penner? Kann man dir Geld schwochen? Ohhhh Tim Kann man dir Geld schwochen? Tim Nein, kann man nicht Ja Ohhhh Sack Warum wusste ich das, dass das wieder du warst? Warum wusste ich das? Ich wollte dich nicht töten Ich hab einfach nicht nachgedacht und hochgeschossen Kein Problem Kannst du nicht sagen, dass wir das nicht gesagt hätten Genau, das kannst du nun wirklich nicht mehr sagen Ich hab nicht mehr nachgedacht Ja, aber ich hab nicht mehr nachgedacht Okay Was willst du? Ein Schluck gegen den Kater Flaschen mit Fusel sammeln Mhm Guck mal wie happy der Earl aussieht Ist einfach so einer, der hat einfach Laune Ihhh Ja, das Man kann hier frei schon enden Ja Hm? Ja, wegen Uhrzeit Ja, das ist ein neues Fest, oder? Mhm Äh, ja Können wir einmal hier aus dem Gebiet raus vielleicht Dann laufen wir nicht wieder planlos hier rein Ja Ach, wie gestern? Äh, wie heute? Ja Ja, wie heute Team Schaden Berserker Mod Team Schaden und Team Nahkampfschaden, ja gut Girl Power Gehen wir nochmal Die Sirene Wie ist die Sirene? Guck grad, da ist Phönix dabei Phönix bin ich auch Hab ich mal gemacht jetzt Hm Okay Kostet halt alles viel zu viel Ich hab grad nur 120.000 Ja, hab ich das jetzt nicht umgeändert Ich hab Ich hab Hä, wieso hat das nicht funktioniert? Oh nein! Wieso lädt? 7.000 7.000 Oh nein! Nein Hallo Das drehen ist weg Hallo 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 Internet Internet Ich hab mich trotzdem halt verlassen Nein Ich bin ja der Host Deswegen Achso das mal, äh Das Gebiet verlassen Kann man mich hören? Mein Internet ist weg Äh Lass mich zurück in das Gebiet gehen Nein Ich wollte mir noch einen Dreh-Mod kaufen Ich bin ja immer ein Gegner drängt Das ist schlecht Kann man mich hören? Kann man mich hören? Kann man mich hören? Kann man mich hören? Anscheinend nicht Guck mir mal Hallo 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 Ja gut Äh Na dann Senden wir mal sehr weird den Stream Also Danke fürs zu gucken Ich bin Offline Wisst ihr? Gut, wegen kein Internet kann ich auch nicht aufhören zu streamen Ist ja witzig Okay, cool Cool, cool